Der Wandel zu einer CO2-neutralen Wirtschaft stellt die größte wirtschaftliche Herausforderung unserer Zeit dar. Es gibt Studien, die festlegen, wie viel Kapital notwendig ist für die Investments in erneuerbare Energien. Wir sprechen bei den Investitionssummen von mehreren hundert Milliarden Euro. Dieses Volumen kann man nur stemmen, indem man eben auch privates Kapital mobilisiert. Eine grüne Anleihe macht aus, dass die Nettoerlöse nicht für den allgemeinen Unternehmenszweck eingesetzt werden, sondern dass die Nettoerlöse für ganz konkrete Projekte eingesetzt werden, die der Umwelt und der Gesellschaft zugutekommen. Was Green Bonds schaffen, ist vor allem Transparenz. Die Green Bond Principles sind eine Guideline für die Emission von grünen Anleihen, die ganz genau definieren, wofür die Mittel dann verwendet werden. Die Deutsche Bank war eins der Gründungsmitglieder der Green Bond Principles. Von daher sind wir von Anfang an sehr stark in dem Thema grüne Anleihen engagiert. Die Investorenbasis hat sich stark verbreitert in den letzten Jahren, weil Investoren zunehmend auch Umweltgedanken einfließen lassen in ihre Investitionsentscheidungen. Einige Investoren in Skandinavien fangen auch schon an zu deinvestieren, von traditionellen Anleihen und die lenken ihre Mittel jetzt in grüne Anleihen, weil sie eben das Thema Nachhaltigkeit so stark auf die Agenda geschrieben haben. Wir erwarten durch neue Emittenten, insbesondere aus dem Corporate-Segment, dass der Markt auch kräftig weiter wachsen wird. Wir erwarten, dass spätestens ab nächstem Jahr auch mehrere chinesische Unternehmen an den Markt kommen. Und dann bekommt der Markt das Volumen auch eine ganz andere Dynamik. Zusammenfassend, über Green Bonds wird transparent privates Kapital in nachhaltige Investitionen gelenkt.